Das Verständnis zwischen Kratz und Milchhorn jetzt die Seite gewechselt hat für Dörzken, auch rechts spielt. Stuppmann ist nicht da, der Ball ist im Tor. 0 zu 1. Panik. Zwölftes Saisontor. 25. Minute. Das ist nicht der Fortuna 8er, das ist der Fortuna 11er, der jetzt auf Kurs ist. 0 zu 1. Aber was war das für ein Missverständnis? Da haben die nicht miteinander geredet. Olajeng Besi bleibt stehen, Stuppmann im Niemandsland und Haneck hat nur Augen für den Ball und macht das überragend. Das ist ein sensationelles Tor von Martin Haneck. Vorarbeit, Vandenberg. Klasse Tor des Österreichers. Herzelett.